Professor! Satire darf alles. Fakt ist, Annalena Baerbock hat letztes Wochenende auf beispiellose Weise zu eskaliert. Das war ein präsidentsloser Angriff, ein Defenssieg. Das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Und das ist jetzt sozusagen der Grund, warum das neu angepackt werden muss, geändert werden muss, auch wenn es nicht leicht ist. Ich unterstreiche, was mein Kollege hier gerade eben gesagt hat. Was zählt, sind enge Abstimmungen und Fruch in der letzten Nacht im engen Austausch. Ich will das nicht wiederholen.